Das ist ein Heisenfeld. Das ist so. Ich habe Hilfe. Haha. So, jetzt kommen wir schon mal die ganze Woche hin. Hallo Malaikum. Hallo Malaikum. Hallo Malaikum. Jetzt müssen wir uns noch drehen. Nein. Wow. Er hat gerade die Gäste da. Du musst jetzt auf den Boden hoch. Genau. Nein. Jetzt gibt es Hauer für den Baubau. Es ist so viel kalt und warm. Es ist kalt, Ali. Du musst nicht kriechen. Also du darfst auch laufen. Wenn du mit der Hand noch runter kommst. Nein, das muss eben nicht. In Richtung Eiszeit geht das. Wir müssen nicht heißen. Wärme. Wärme. Vielleicht kannst du den Instinkt von deinem Wuppi benutzen. Kälter. Halt. Halt. Wenn du auf die Füße auskommst. Du hast dich disqualifiziert. Ja, wo finde ich eigentlich schon wärmer? Halt. 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 Huah. Ich muss mir ja bei Klaue. Ist das denn die Luft? Jaaa! Wer war mal ein? Wo muss ich für dich hin, Leute? Also! Zum Top! Nein, nein, nein! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Und, und, und! Jaaa! 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 Immer auch meine Kröste! Immer auch in meine Sohn! Jaaa!